Hallo, mein Name ist Richard Brause und ich möchte euch mit Tipps für ein zielgerichtetes und effizientes Training am Ballroboter Amicus unterstützen. In der heutigen Ausgabe richtet sich der Fokus auf eine gute Beinarbeit. Eine gute Beinarbeit ist die Grundlage, um erfolgreich zu spielen. Man sieht bei Thiago hier sehr gut, wie er mit kleinen, fast fließenden Schritten sich immer wieder zum nächsten Ball positioniert. Achtet auch immer darauf, euren Oberkörper in der tiefen Stellung zu halten und versucht euch für jeden Ball neu zu positionieren. Hierbei muss die Distanz so gewählt werden, dass man immer wieder in den Ball hineingehen kann, um dann wieder schnellstmöglich zurückzukommen. Bei dieser Beinarbeit werden vor allem das Umlaufen und der Weg in die weite Vorhand trainiert. Stoßt euch immer mit dem äußeren Bein ab und versucht auch hierbei in der tiefen Stellung zu verbleiben. Beim Weg in die weite Vorhand nach dem Umlaufen achtet Thiago sehr gut darauf, seinen Oberkörper im Balltreffpunkt nach vorne zu drehen. Sein Körper bleibt während der gesamten Beinarbeit sehr stabil und er behält immer den Fokus auf dem Ball. Das ist das, was wir heute in der Weite vorhanden. Däunlich auf dem Ball. Das ist das, was wir heute in der Weite vorhanden. Das ist das, was wir heute in der Weite vorhanden. Vielen Dank.